Hallo zusammen, mein Name ist Fabio da Silva und ich bin Saxophonlehrer. Ich liebe dieses Instrument, weil es unglaublich vielseitig ist. Mit diesem Instrument kann man einfach alles machen. Man kann hoch spielen, man kann tief spielen, man kann laut, man kann leislich, man kann langsam und gefühlvoll, man kann aber auch sehr schnell spielen. Man kann wunderschön spielen, aber auch frech. Wenn du wissen willst, wie man dieses Instrument bedient, kannst du gerne mal vorbeikommen und wir machen eine Schnupperlektion. Diese Schnupperlektion ist kostenlos. Mein Name ist Fabio da Silva und ich würde mich freuen, wenn du zu mir in Saxophonunterricht kommst. Tschüss! Erklage! 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 Vielen Dank.